Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Marktausblick. Ja, wir blicken wie jeden Samstag auf die kommende Woche. Was steht an? Welche News stehen an? Wir haben am Montag, zumindest in Deutschland, Feiertag, also da wird es ein bisschen ruhiger rausgehen. Trotzdem blicken wir wie immer auf den US-Dollar, wir blicken auf den Stock Market, wir blicken auf Gold, wir blicken natürlich auch so ein kleines bisschen auf Bitcoin, auch wenn wir das sowieso täglich machen, aber trotzdem so ein kleiner Ausblick für die nächste Woche. Außerdem auch auf die News nächste Woche Donnerstag, Freitag steht dann doch langsam wieder so ein bisschen mehr an. Also wir kommen so langsam wieder so in die Phase, wo wir ein bisschen mehr auf die News vielleicht achten sollten, was das zu bedeuten hat. Wir haben außerdem natürlich noch keine neue Schuldenobergrenze in den USA, das könnte nächste Woche auch noch ein Thema werden und Monatswechsel. Also ihr seht, es steht eine Menge an, also würde ich sagen, lasst auf jeden Fall dem Video schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr immer Updates, News, auch Signale, also kommt da gerne rein, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und wer noch eine Börse sucht, ihr habt weiterhin die Möglichkeit, euch bei BingX anzumelden. Dort kriegt ihr weiterhin die Möglichkeit, 20 und 30 USDT for Free Trades ohne Einzahlung etc. pp. euch abzuholen, also nutzt die Gelegenheit, um einfach mal die Börse zu testen, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, genau, damit war es das auch mit. Genug Eigenwerbung würde ich sagen, wir gehen direkt rein in die US-Dollar-Analyse. Also ja, und der geht komplett to the moon, muss man ganz ehrlich so sagen. Nachdem wir jetzt hier unten unsere Liquidität abgefischt haben, die Supportzone gehalten hatten, kennt der Dollar momentan nur eine Richtung. Seit dem Tief, wenn wir uns das mal angucken, haben wir unglaubliche 3% dazugewonnen. Das ist viel für, finde ich, für Forex-Märkte hier. Also komplett die Widerstände erst einmal rausgenommen, können wir alles rausnehmen. Hat natürlich, und das habe ich auch die letzten Wochen immer mal wieder dazu gesagt, ich glaube, der Dollar wird so lange steigen, solange die Schuldenobergrenzen noch nicht erhöht ist. Und das hat natürlich dann wiederum Auswirkungen auf die Kryptomärkte, aber nicht so stark wie befürchtet. Also wenn wir jetzt mal, klar, Bitcoin ging runter, wir haben eine langweilige Seitwärtsphase, aber die Stockmärkte und auch Krypto halten sich für einen starken Dollar sehr, sehr solide. Also das muss man auch mal so dagegen halten, nur weil der Dollar jetzt pumpt, heißt es nicht, dass die Märkte komplett crashen. Ganz im Gegenteil, das werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen angucken. Wir ziehen uns jetzt einfach mal ganz kurz das FIP-Level von unserem High zu unserem Low. Das sehen wir auch, okay, Dollar im Golden Pocket, aber auch drüber geschlossen. Ganz, ganz wichtig, wir haben gestern da drüber geschlossen. Wir hatten auch eine schöne Kerze am Donnerstag hier, die über diesen Level geschlossen hat. Also es kann sein, dass wir auf jeden Fall den nächsten Block hier oben nochmal antesten. Das wäre dann hier ungefähr, wir machen mal den großen hier weg, das würde dann ungefähr hier am 0,786 liegen, die 104 oder sogar 105 US-Dollar-Marke. Sind mittlerweile, ganz ehrlich, nicht mehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir schauen uns gleich die Märkte an, da hat sich auch wenig getan, dass wir jetzt sagen könnten, okay, dadurch crasht alles oder so. Es ist eine Möglichkeit, dass wir hier noch eine Errodung sehen. RSI auf Daily sieht jetzt auch langsam hier am Anschlag. Ihr seht es die letzten Male immer, wenn der RSI so war, gab es dann doch wieder eine ordentliche Korrektur. Wichtig wäre es mir nur, ganz ehrlich, dass wir hier nicht ein höheres Hoch reinkriegen. Das wäre dann wirklich absolut bearish für uns, würde ich sagen. Bullish für den US-Dollar, aber momentan ist das alles wieder hier nur so eine korrektive Bewegung. Wir hatten hier eine korrektive Bewegung nach oben, klar, auch hier das Hoch abgefischt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir zumindest hier doch das 0,786er im Laufe der Woche sehen. Um dann gegebenenfalls langsam aber sicher einen Short vorzubereiten, sollten wir irgendwelche News wegen der Schuldenobergrenze dann bekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den Stock Market. Der hat sich perfekt zu verhalten, wie wir darüber gesprochen haben. Wir haben darüber gesprochen, okay, nochmal Dow Jones nach oben. So die 33.600 Punkte-Marke, die hat er sich gefischt. Dann ging es runter in unsere grüne Box und leider, das ist wieder verdammt ärgerlich gewesen, hat sich nicht das Golden Pocket geholt. Also für mich, klar, ich habe letzte Woche im Video so gesagt, 0,5er, ja, wäre so eine Idee. Also diese grüne Box hier war aber ganz ehrlich eher scharf hier unten auf das Golden Pocket, deswegen bin ich hier nicht rein. Und jetzt seht mal, Freitag gab es da eine komplett phänomenale Kerze nach oben. Die werden wir auch gleich noch bei anderen Dingern sehen. Also Freitag ging der Markt komplett nach oben. Man hat es auch im Aktienportfolio gesehen, vor allem die Tech-Werte momentan sehr, sehr stark unterwegs. Auch eine NVIDIA, könnte ich vielleicht auch mal ein kleines Update dazu machen auf dem Zweitkanal. Wenn ihr Bock habt auf NVIDIA, Aktienanalyse, schreibt es unten rein. Die dann einfach mal 30% am Tag hingelegt hat, weil sie einfach die Umsatzerwartungen, glaube ich, um 30, 40% einfach nach oben hin übertroffen hat. Sehr, sehr stark. Daraufhin natürlich auch der ganze Aktienmarkt momentan sehr, sehr stark unterwegs. Fraglich ist, wie lange wird es anhalten? Also wir haben den nächsten Order-Block jetzt hier oben. Wir sind ganz ehrlich immer noch so ein bisschen in so einer kleinen Downtrend-Phase. Also der Stock-Market an sich hier sehen wir, wir bilden tiefere Tiefs, wir haben noch kein höheres Hoch. Also wir müssen zumindest mal hier oben in den Bereich der 33.564 Punkte mal gelangen. Sollten wir hier hochgekommen und gleich wieder eine Rejection sehen, wird es interessant werden. Okay, wo machen wir Halt? Kriegen wir dieses höhere Tief bei den 32.800 Punkten? Dann, okay, höheres Tief passt perfekt. Dann könnten wir hier in diesen kleinen Order-Block reingehen und uns zumindest versuchen, die Liquidität zu tanken für ein höheres Hoch, damit wir auch hier diesen vorläufigen Abwärtstrend erst einmal durchsprechen. Kurzer Blick auf die kleineren Time-Frames, da sehen wir auch nochmal ganz schön die Reaktion, ordentlicher Pump nach oben. Schöne Reaktion hier auch in dem Order-Block. Wir haben nicht drüber geschlossen, also auch kein höheres Hoch, wir haben die Liquidität abgegrast. Also da müssen wir dann wirklich mal am Montag gucken, wie das weiter sich ausartet. Ob wir noch ein bisschen steigen, kurzes FIP-Level dazu, welche Level hier ein bisschen in Betracht kommen. Da seht ihr auch, okay, FIP-Level passt hier oben sehr, sehr gut eben mit dieser 33.300-Punkte-Marke. Das sind so die Level, die ich jetzt erstmal ein bisschen anvisiere, sollten wir hier oben dann gleich eine Rejection sehen und kein höheres Hoch mehr reinkriegen. Denke ich, dass der Weg einfach nochmal nach unten ist, um, sag ich mal, auch die Liquidität hier in diesem Bereich zu holen. Und dann gegebenenfalls, nein, Long sollte dieser Stand halten, einzugehen. Also auch hier warten wir jetzt erstmal ein bisschen ab. Was vielleicht dafür sprechen könnte. Ja, nee, komm, wir machen erst noch die anderen Stockmärkte und dann gehe ich auf die News ein. Gehen wir beim S&P 500, machen wir weiter. Auch hier eigentlich im Endeffekt genau das, was prognostiziert wurde. Wir gehen weiter nach oben. Dann gab es diese Korrektur, kein tieferes Tief. Wir sind weiterhin in dieser Seitwärts-Range. Ich habe eigentlich damit gerechnet, okay, dass wir hier unten zumindest mal das Golden Pocket sehen. War leider nicht so die Korrektur, hat aber eingesetzt und gleich wieder neue Fahrt aufgenommen. Aber auch hier kein höheres Hoch auf dem 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns den Daily-Chart an, auch hier kein höheres Hoch. Also hier diese Widerstandszone ist ganz schön knackig. Wird sich dann zeigen, okay, wie wir den Montag rein starten, ob jetzt noch irgendwelche News am Wochenende kommen. Momentan sieht das alles noch relativ gut aus. Aber wie gesagt, wir haben kein höheres Hoch mehr auf Daily-Sicht, auf Weekly-Sicht. Das ist so ein bisschen Züngler an der Waage. Also hier würde ich mich erstmal nicht festsetzen mit irgendwelchen Trades. Da finde ich einen Dow Jones momentan vielleicht sogar ein bisschen einfacher zu traden. Wir haben hier drüber noch so ein kleines CME-Gap. Das könnte noch gefüllt werden bis ungefähr 4.228. Das wurde auch noch nicht gefischt. Und dann haben wir hier oben auch nochmal so ein kleines bei 4.280. Also das sind maximal so die Level, die ich jetzt erstmal so in den nächsten Tagen sehe, dass wir die eventuell nochmal angreifen. Aber danach ist Prognose auch echt, echt schwer. Also S&P 500 momentan nicht schön zu traden. Dow Jones eher mal einen Fokus drauf legen. Und dann zum Schluss noch den Nasdaq. Da muss ich aber ganz kurz in die kleineren Timefilms. Da haben wir schon im Livestream drüber gesprochen. Ja, was soll ich sagen? Wir wurden hier um 0,32% nicht abgeholt. Also 0,32%. Das war dieser Retest, den wir letztes Wochenende besprochen haben. Wäre schön, wenn wir hier nochmal reinkommen in diese kleine Demandzone. Auch um 0,32% wurde das nicht abgeholt. Schande über meinem Haupt mal wieder. Ich habe momentan irgendwie nicht so wirklich die Rally oder so das Glück, dass die Trades bei den Stockmärkten abgeholt werden. Ihr habt es bei Gold gemerkt. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Nasdaq-Trade, der nicht so gelaufen ist, weil es minimal nicht abgeholt wurde. Aber gut, was wollen wir machen? Der Zielbereich wurde jetzt auf jeden Fall erst einmal erreicht, um euch das mal zu zeigen auf dem Daily-Timefilm. Also Nasdaq abnormal bullish, aber man muss dazu immer ganz vorsichtig aber sagen. Wir haben halt hier auch noch eine Menge aufzuholen. Während Dow Jones und sowas und S&P 500 nicht mehr weit so von ihren Tops entfernt sind. Ein DAX hat einen All-Time-High erreicht, hat der Nasdaq ordentlich noch aufzuholen. Bearish Divergence hat er sich jetzt hier rausgenommen. Also wir haben keine Bearish Divergence hier erst einmal vorliegen. Aber wir sind hier direkt im Golden Pocket. Es kann natürlich noch sein, dass wir uns noch ein bisschen die Liquidität über diesem Golden Pocket holen. Das heißt, die 14.800-Punkte-Marke, die ist maximal noch drin. Und die sehe ich möglicherweise sogar auch noch, so wie momentan einfach die Charts sind. Da ist einfach ordentlich Power da drin. Aber jetzt das Golden Pocket, das muss man mal ganz, ganz genau im Auge behalten. Wir haben darunter ordentliche Gaps, die es noch zu füllen gibt, bis ungefähr 13.600 Punkte. Also genau das, was wir nach oben zu füllen haben, das haben wir dann im Endeffekt auch, wenn wir uns das mal angucken, auch nach unten hin noch zu füllen. Also 50-50-Angelegenheit, ich bin grundsätzlich weiterhin bullish, was den Nasdaq anbelangt, würde jetzt aber hier nicht mehr long reinhüpfen. Das ist so momentan so ein bisschen mein Problem. Wie gesagt, keine Bearish Divergence, es ist alles noch im Rahmen. Klar ist der RSI überhitzt, aber nur weil der RSI überhitzt ist, würde ich hier keine Short-Position eingehen. Also ganz, ganz wichtig, da ein bisschen vorsichtig sein. Das Golden Pocket müssen wir jetzt mal im Auge behalten. Kriegen wir hier einen Hit drüber, Liquidität abgreifen und schließen dann gegebenenfalls auch hier drunter mit weniger höheren Hoch. Dann ist es für mich erstmal ein Short-Signal. Müssen wir da natürlich gucken, was könnte dafür sprechen, dass wir jetzt erstmal noch ein bisschen hochgehen. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch keinerlei News. Also keine wichtigen News. Und dann kommt der Donnerstag. Und der Donnerstag fängt an mit der ADP-Beschäftigungsänderung. Wir erklären es euch das sicherlich. Das ist einmal bevor. Der Dienstleister Automatik-Data-Processing publiziert monatlich die US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft. Der ADP-Bericht stützt sich auf gut 400.000 US-Unternehmen mit rund 25 Millionen Beschäftigten. Der Landwirtschaftssektor da drüben ist immer noch sehr, sehr hoch. Und wenn wir uns das mal die Prognose angucken, die war zumindest beim letzten Mal 148k und die Beschäftigung war sehr, sehr hoch. Das könnte natürlich dazu führen, dass die Märkte wieder ordentlich nach oben pumpen, wenn die Zahlen... Also es ist momentan sowieso schwer. Der US-Markt ist momentan einfach unberechenbar meines Erachtens nach. Wir haben einerseits die Sorge von Zinserhöhungen, andererseits ist die Wirtschaft bombenintakt. Die Zahlen sprechen alles dafür, dass es der Wirtschaft gut geht. Sie kann die Zinserhöhungen verkraften. Und es sind ja erst noch 18 Tage, bis wir ein bisschen Zeit haben. Also ich sage jetzt mal so, wenn es der Wirtschaft hier gut geht, rechne ich sogar eher mit einem Pump. Also sollten wir die Zahlen wieder nur so annähernd erreichen, dann Bombe. Und wir haben dann natürlich noch die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, darauf würde ich jetzt nicht mal so gehen. Freitag dann wirklich die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Wir haben hier eine Prognose von 180k. Und die Prognosen waren einfach die letzten Male immer absolut für den Arsch. Also die wurden immer komplett verfehlt. Wird auch sehr, sehr interessant werden. Also auch hier sollten die Prognosen verfehlt werden. In der Wirtschaft geht es gut. Warum soll dann nicht der Nasdaq auch trotz so einem hohen RSI weiterhin pumpen? Also das mal einen Blick behalten. Und auch dann noch die durchschnittlichen Stundenlöhne. Zwecks Inflation und sowas auch sehr, sehr interessant. Weil wachsen die Stundenlöhne auch höher als erwartet. Ist das natürlich dann auch die Leute, können wieder mehr ausgeben, mehr Inflationssorgen etc. Prognose liegt bei 0,4%. Also auch hier das mal einen Blick behalten. Deswegen denke ich Montag bis Mittwoch könnten die Märkte auf jeden Fall noch ein bisschen pumpen. Donnerstag und Freitag wird dann sehr, sehr spannend werden, wie die Märkte dann reagieren auf eben diese Zahlen. Das heißt Montag bis Mittwoch kann ich mir echt noch vorstellen, dass wir noch weiterhin nach oben pumpen. Zumindest was die traditionellen Märkte anbelangt. Und dann müssen wir wirklich ganz genau gucken. Dann gehen wir rüber zum DAX. DAX hat ja auch diese Woche korrigiert. Wir haben uns die Tiefs hier unter diesen Wicks geholt. Auf Daily Sicht auch am Freitag enorm nach oben hingepumpt. Hätte ich auch nicht mit gerecht. Die nächste Zielzone, die ich eigentlich erwartet habe, waren hier die 15.710 und wir sind gekommen bis 15.730. Wieder 20 Dollar, wieder 20 Punkte. Ich kriege langsam echtes Kotzen. Ich weiß nicht, ob ich mal ein bisschen Abstand nehmen muss von dem ganzen Stock Market, aber es pisst mich einfach an momentan. Aber gut, was soll ich mal machen? Auf jeden Fall auch hier, nachdem wir uns das Alltime High geholt haben, ging es rapide nach unten. Wir haben uns erstmal alle Stops geholt. Wir schauen uns das mal auf den 4 Stunden Timeframe an. Wir sind hier komplett da, wo der Pump begonnen hat. Wir haben kein tieferes Tief bekommen, muss man auch dazu sagen. Also unter diesem Tief hier nur die Liquidität abgegrast mit dem Wicks. Dann nach oben geballert. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie gesagt, wir haben noch so ein kleines Gap, dass wir uns das noch füllen im Laufe der kommenden Woche. So Montag, also Montag ist Feiertag, Dienstag und ist überall Feiertag? Ich glaube schon, Dienstag, Mittwoch, dass wir uns das eventuell noch holen, damit es interessant werden, wie wir uns dann eben hier verhalten. Ziehen wir uns noch das FIP dazu, sehen wir auch, okay, passt sehr, sehr gut. Und überein hier mit eben diesem Gap noch, Dienstag, Mittwoch bis hier hoch. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir hier gegebenenfalls in Short reingehen und eine Gegenbewegung mitnehmen. Aber ich bin weiterhin hier eher auf Long gestimmt, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Klar, das wäre das bearish-Szenario. Das Bullische wäre, wir versuchen nochmal hier unten ein bisschen so Liquidität zu tanken. Also so ein bisschen Seitwärtsphase jetzt. In diesem Bereich 15.700 bis knapp 16.000 Punkte, um dann, sag ich mal, einfach höher zu gehen, sollten die Zahlen einfach Bombe sein. Wir haben keinen an sich Strukturbruch meines Erachtens nach im DAX zu sehen. Wir sind hier weiterhin komplett bullish unterwegs. Höhere Hochs ist ganz klar. Höhere Tees, natürlich haben wir das hier rausgenommen. Aber für mich valide, sollten wir erst hier drunter schließen. Dann müssen wir uns vielleicht mal Gedanken machen unter dieser 15.650-Punkte-Marke. Vorher ist das alles noch im Rahmen. Also hier reinzuschorten macht keinen Sinn. Eher Long-Einstieg zu suchen, sollten wir hier nochmal runterkommen oder dann wirklich mal in meine Box reinkommen. Dann Long und dann von mir aus neues All-Time-High dann in Sicht. Gut, dann zum vorletzten Schluss. Gibt es das Worte überhaupt? Vorletzter Schluss? Weiß ich nicht. Gehen wir noch rüber zu Gold. Gold hat sich die Woche relativ ruhig verhalten. Klar, es ging nochmal ein bisschen runter. Der Abtrend ist weiterhin intakt. Das haben wir auch schon in Livestreams besprochen, auf dem Zweitkanal besprochen. Ich warte hier weiter noch so ein bisschen mit Long-Position. Ich habe so das Gefühl, sollten die Märkte jetzt diese Woche noch bullish sein. Und ich gehe ja weiterhin davon aus, dass wir noch ein bisschen bullish unterwegs sind. Der RSI hat noch ein bisschen Luft nach unten. Warte ich immer noch so ein bisschen hier so auf den Bereich 1930 bis 1915. Ich weiß aber, und das haben wir gerade auch gesehen beim DAX und beim Nasdaq, dass wir hier um teilweise wenig Prozente nicht abgeholt wurden, dass ich hier ein bisschen vorsichtiger bin. Das heißt, es kann sein, dass ich dann nächste Woche einfach mal reinhusche und dann versuche hier so langsam eine Position aufzubauen. Aber mein Zielbereich ist primär einfach hier die 1930 bis ungefähr 1906. Das wäre so die Zielrange. Und sollten die Zahlen beschissen ausfallen, so Montag bis Mittwoch, dass es nochmal runter geht und dann die Zahlen beschissen aussehen am Donnerstag und Freitag, könnte das dann hier eben der Rebound werden für Gold erstmal. Aber wie gesagt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Also es hat sich diese Woche nichts getan. Abtrend hält, Abtrend ist einfach noch intakt auf dem Lock-Chart. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Tieferes Tief. Natürlich haben wir jetzt hier erstmal so ein bisschen den Bereich runter, aber das Golden Pocket ist für mich weiterhin das übergeordnete Ziel. So, und dann gehen wir ganz zum Schluss rüber zu Bitcoin, gehen aber, ach komm, wir machen das Ganze auf dem Binance-Chart, einfach um nochmal ein bisschen die Liquidität zu zeigen. Nichts an Liquidität im Markt, der Markt ist tot. Wir haben uns diese Woche auch mal, ich glaube Micha hat es in die Gruppe geschickt, den 7-Tages-Durchschnitt der Liquidität auf den Börsen angeguckt. Da ist nichts, da geht alles, geht nach unten, es ist richtig im Sommerloch. Ziel bleibt, wie gesagt, eigentlich so die 25.300 US-Dollar-Marke. Umso länger es aber hier dauert, desto unwahrscheinlicher wird das ganze Ding. Kurzfristig sind die 28k, 28.400 so das bullische Ziel. Bearische 25.300 bis 24k, also da hat sich nichts geändert. Wir sind in einem Downtrend, kriegen jetzt hier so langsam ein bisschen Stabilität rein, aber die Wicks gefallen mir immer noch nicht. Egal, auf den Daily, auf den kleineren Time-Rips, die Wicks gefallen mir nicht. Also ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn ihr jetzt was richtiges Bearishes sehen wollt, dann ziehen wir das FIPS so. Und das wäre so vielleicht die Sommerrange, dass wir in Richtung 20.000 US-Dollar nochmal gehen. Aber wie gesagt, das ist langfristig. Momentan ist einfach zu wenig Liquidität im Markt. Also dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was denkt ihr von dieser Woche? Bullish unterwegs? Bearish unterwegs? Warum seid ihr bullish? Warum seid ihr bearish? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Natürlich auch der Algorithmus. Und dann würde ich sagen, ziehen wir das Video nicht noch länger. Die Länge viel gequatscht, 16 Minuten. Das war es von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe abchecken. Und natürlich auch gerne meinen Partner BingX, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe. Das war es von mir. Schönes Wochenende. Und wir hören uns dann morgen früh zu einem Bitcoin-Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.